Ein Holster. So. So, jetzt lass mal gucken. Ich kann's nur trinken. Äh... Get in. Drink all. Warte, jetzt kannst du mal die Tür zu machen? Ich? Ja. Da! Ich wurde getroffen. Ich blute. Äh... Kannst du dich verbinden? Ja, ich hab noch Rags dabei. Okay. Oh, ne, die sind komplett ruiniert. Oh, fuck. Ich komm zu dir. Wenn das hier nicht so lenken würde... Da stehst du auch Pits wieder auf. Hallo, aufstehen. Ich kann nicht mehr aufstehen. Ich kann... Ich kann mich nur noch... ...kriechen, fortbewegen. Wie mach ich das denn? Wie mach ich das denn? Ähm... Wie mach ich das denn an dir? Kannst du es auch auf den Boden legen, wenn du es... rechtsklick... ...use. Äh... Lass mal sehen, was der Wichser dabei hat. Hattete. Ach... Der hat mir ins Bein geschossen, die Sau. Ach, ne, ne? Mein Bein ist gebrochen. Guck mal, ob der Stöcke dabei hat oder sowas. Alter, hat er Munition? Jung, jung, jung. Hast du irgendwie einen Dosenöffner oder sowas dabei? Nee. Oder... Irgendwas, um meine Nahrung zu öffnen? Äh... Ruiniert, ruiniert. Super. Das Reifenreparaturkit ist beschädigt. Ja klar, alles, was ich in der Hose drin hatte, ist jetzt kaputt, ne? Ja. Das Magazin ist ruiniert. Kann ich das leeren? Ist die Munition noch in Ordnung? Ja. So, du... Arsch. Aber mit einem Schuss habe ich ihn, glaube ich... Nimm erstmal einen Rucksack mit. Ne Mosin. Der hatte auch bestimmt... Munition vor dem Mosin dabei. Das hier ist 9mm, ruiniert. Super, du hast... Du hast die Munition kaputt geschossen. Du hast alle Munition kaputt geschossen. Ja, warum wohl? Weil ich mit einer Shotgun drauf gehalten habe. So, ich bin immer noch... Halt, stopp, halt, stopp, halt. Halt, stopp, halt, huah... Ach, ich sehe ihn nicht. Ach, ich sehe ihn nicht. Nee, nee, ich lieg auf dem Boden. Okay. Oh fuck, ey. Ich sehe ihn nicht. Wo ist er hin um die Ecke? Der ist hinten, gegenüber, auf der andern Coordinator. Vor dem Haus. Ah, wultura mal, ich muss mal kurz ins Grafikmenü welch, glaube ich... Ja, mein Fuß ist extrem schmerzhaft. Ja. Ich bin am Verhungern grad. Scheiße. Ich komm nicht schnell genug vor. Ernst. Ich lauf mal zu ihm, ne? Ich guck mal, ob der was dabei hat. Sie haben bestimmt zusammengehört und sind bestimmt mit der Karre hierhin gefahren. Ganz bestimmt. My leg is broken. I think my leg is broken. Da ist noch einer in der Tür. Ah, ich glaub ich bin tot. Ficken. Wo ist der? In der Doppeltür, rechts neben dem Auto. Ach, kacke. Du hast ihn aber auch getötet. Hab ich? Ja. Immerhin. Alter! Dann Neustart. Scheiße. Der hat aber Messer dabei. Das nehm ich mir direkt mal. Du bist tot. Ja, ich bin tot. Okay. Ich hab einen getötet. Ja. Nein, ich hab zwei getötet. Ja. Darauf esse ich jetzt mal hier so ein Apfelband. So ein saures. So. Oh. Joa. Ich hab zwei die. Ich hab zwei. Ich hab zwei. Ich hab zwei. Und jetzt, komm ich jetzt mal rein. Ja. Ich hab zwei. Ich hab zwei. so ich bin in der nähe mal wieder von dem laden ich glaube an dem laden war ich auch schon zweimal ob jemand schießt hier glaube ich okay den einen kann ich nicht looten der wird mir nicht angezeigt ich glaube das ist immer noch elektro ich kann meinen finger nicht drauf halten getränke dabei warum nehme ich mir nicht einfach seinen kompletten rucksack ich muss da nur ein bisschen platz drinnen machen straße im rücken ich hätte auch eben den defi vielleicht an der benutzen können da stand ich bin tot also so richtig hinüber was ist das da pass auf ich bin in dieses channel kors ja ich hab was gehört verdammt ich versuche so schnell wie möglich nach links zu kommen wenn ich in channel kors gebrennen brauche ich das wasser auf meiner rechten seite also so lang es könnte aber ein bisschen dauern da ist okay da schnappe ich mir doch glatt noch mal so eine apfel dingen kennst du die teile diese sauren bänder ich glaube schon die sehen so einen länglichen box oder flucht machen sie süchtig die dinge hier steht ein zug warum kann ich nicht mit dem zug fahren das ist das denn antibiotika es regnet draußen und er hat sogar eine flasche dabei soll ich dich noch bluten wenn du was interessantes findest ich weiß ja nicht ich bleib einfach am besten ja gut wenn ich erschossen wird ist vermutlich ein großteil von den sachen kaputt ich habe jetzt aber angst hier raus zu gehen irgendwie auch noch eine flasche hatte zwei flaschen werden natürlich geil ne hat der sack mir ins bein geschossen hat die ist ruend scheiße schmeißen wir die weg nein okay ein magnum ich habe mich geschlagen ich habe mich geschlagen ihr wichser ich habe es unten wasser da unten gibt es wasser dann kann ich ja zumindest schon mal was trinken wenn ich dann halt durch drink da bin ich zumindest mal nicht mehr durstig das ist schon mal ein anderes zu kaufen mann bleibt hier du penner der der dich geschlagen hat ja er rennt weg vor dir ja weil der nichts hat So, jetzt geht's. Jetzt behalte ich hier die drei Leichen im Blick, ey. Nicht, dass der sich da irgendwie eine Waffe von lootet. Wo bist du, hast du gesagt? Ich war in Tschernogorsk und bewege mich jetzt auf den Bahngleisen Richtung Elektro. Okay. Ich bin hier mit dem Wichser ein bisschen beschäftigt. Das klingt so brutal. Fuck, 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 fuck. Ich bin tot. Oh, nee. You are dead, ja. Weil ich mir meine Dreckswaffen nicht auf die Tasten oben lege. Wie hat sich die Scheißwaffe von dem Wichser gelootet? Jetzt möchte ich erst mal was trinken, ey. So, bitte lass mich direkt in den Elektrosporn. Dann tue ich dem Typ so richtig... Macht man doch nicht. Mensch. Andere Leute erschießen? Mhm. Nur ich darf das. Ich wollte gerade fragen, wie viele Leute hast du erschossen? Zwei, glaube ich. Mhm. Und einen versucht. So, ich bin irgendwo in der Pampa. Ach. Das sind auf jeden Fall Bahngleise und da oben. Sag nicht, dass es wirklich Elektrosporn ist. Oh man, ich hab noch nie mal die Hälfte des Weges hinter mir. Oder ich bin da ganz im Norden, wo wir mal hingelaufen sind, weil da so viel Industrie war. Ach, hier liegt jemand Totes. Cool. Leck, leck, leck. Zaun hat sich auch wieder nicht aufgebaut. Was ist denn los hier, ey? Also, hier in der Stadt geht das gar nicht. Ach, was ist das denn hier? Das sieht so ein bisschen nach Militärcamp aus hier. Gut. Ist aber nichts drin. Gut. Hm. 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 Ich glaube, ich habe hier mit 9 Frames echt durch die Stadt, kann doch nicht sein. Zwei. Zehn. Neun. Zehn.